was geht ab freunds paar normalen und willkommen oder willkommen zurück auf meinem kanal ich bin er wie das ist mein kanal reden über spooky shit und machen spooky shit also wenn dich das interessiert lass ein abo da leute ich habe dieses video ganz anders geplant ich habe es komplett anders geplant aber das schicksal wieder so ich erzähle euch gestern nacht war ich auf dem friedhof komisch genug ich weiß aber es war so ungefähr mitternacht ich war kurz vor mitternacht auf dem friedhof und wollte dort geister apps testen ich habe so eine app auf dem handy ich weiß nicht genau wie es funktioniert auf jeden fall irgendwie soll das wie ein emf funktionieren aber dass da noch in worte umwandeln keine ahnung wie es funktioniert auf jeden fall kommen da halt worte wie halt so eine spirit box nur ohne rauschen ich hatte meinen camcorder die night vision war trash darüber hätten wir aber irgendwie hinweg sehen können wäre es halt eine podcast folge gewesen i don't know dann hättet ihr wenigstens gehört was passiert wäre aber als ich die aufnahmen heute angeschaut habe ist der ton einfach weg gewesen der hat den ton einfach nicht mit aufgenommen like what the fuck ich bin also allein gestern nacht um mitternacht auf den friedhof gegangen habe mich des todes gegruselt für nichts alter für nichts es war trotzdem ultra gruselig weil ich hatte diese app auf es ist nicht arg viel passiert so bin ich irgendwie gelaufen und so und habe mich dann hingesetzt habe gewartet ob was passiert ich habe klar so ein paar komische geräusche vernommen aber kann ja alles sein also kann ja tatsächlich irgendwie auch ein mensch da gewesen sein was bei weitem gruseliger wäre als irgendwas paranormales bin auch kurz raus gegangen von friedhof weil ich halt wirklich gedacht habe da ist irgendjemand als ich mich auf die bank gesetzt habe hat irgendeine stimme kurz irgendwie so gemacht das war schon komisch habe ich mir vielleicht noch irgendwie so erklären können mit vielleicht hat der rucksack gerade irgendwie ein geräusch gemacht als ich mich hingesetzt habe war alles ein bisschen strange und dann bin ich noch mal über den friedhof gegangen ich habe nicht erwähnt dass ich filme ich habe nicht erwähnt dass ich eine kamera in der hand habe man hat es nicht gesehen es war dunkel nur so weil ich dachte vielleicht greift die kamera halt klar auf das mikro greift sie zu vielleicht auch auf die kamera keine ahnung aber man hat es nicht gesehen und ich habe es nicht erwähnt auf einmal sagt diese app hör auf aufzunehmen und ich war nur so okay ist so okay es tut mir leid ich hör auf ich gehe raus deswegen bin ich dann rausgegangen habe das erst mal sacken lassen habe mich davor auf die bank gesetzt und habe erst mal so überlegt okay kamera kam noch einmal das wort es war auch komisch ansonsten war jetzt nichts krasses krasses aber das hat mir wirklich eine gänsehaut beschert alter und das schlimmste war bei diesem ausgang wo ich war war komplette baustelle die ganze straße ist zu ich musste also über diesen kackfriedhof auch wieder zurücklaufen durch komplette dunkelheit ich habe die app da auch laufen lassen da es jetzt nichts sonderlich spannendes passiert aber ich blende euch irgendwo ein screenshot ein von diesem hör auf aufzunehmen das hat mir wirklich das war richtig gruselig alter so viel zu meiner videoidee wenn ihr sowas sehen wollt vielleicht besser geplant mit einer besseren night vision i don't know lasst es mich in den kommentaren wissen dann mache ich sowas auf jeden fall noch mal aber das war wirklich ich glaube das war das gruseligste was ich jemals gemacht habe alleine tatsächlich wobei ich mir jedes mal denke so was soll auf dem friedhof passieren nachts also ist sehr unwahrscheinlich dass man da abgemurkst wird aber gut heutiges thema ich habe wieder ein true crime was aber sehr sehr interessante paranormale aspekte mit sich bringt die wir uns heute anschauen und das ist ein sehr trauriger fall ich muss zugeben je länger ich mich damit beschäftigt habe desto trauriger wurde ich muss mir auch das ein oder andere mal ein tränchen verkneifen weil ich weil mich dieser fall sehr sehr mitgenommen hat und vielleicht kennt ihr den fall schon der ist ziemlich bekannt es geht nämlich um die whats familie ja ich würde sagen wir tauchen direkt rein schauen uns den true crime an schauen uns die paranormale seite an und ihr werdet entscheiden was davon zutrifft oder nicht also würde ich sagen labern wir nicht weiter drum rum macht euch einen tee kuschelt euch in der decke ein jetzt als bookie die whats familie lebte zum zeitpunkt des mordes in colorado das war ein ehepaar namens chris warts und chanen warts und ihre zwei töchter bella und celeste die auch sie sie genannt wird also sie ist der spitzname die beiden waren vier und drei jahre sie sie war drei bella war vier außerdem war schnell zu dem zeitpunkt auch noch schwanger mit einem jungen aber dieser sohn sollte leider niemals das tageslicht erblicken denn bevor sie ihn gebären konnte verstarb sie bzw wurde sie umgebracht nicht nur sie auch die beiden kleinen töchter wurden umgebracht was besonders grausam ist die familie wirkt nach außen hin sehr harmonisch fast schon perfekt chanen ist viel auf social media unterwegs postet da immer sachen von ihren kindern auch und von der familie generell von festen und whatever sie ist halt sehr sehr aktiv auf facebook und so weiter und das ganze leben von ihr schien einfach schön perfekt liebevoll harmonisch doch am 13 august 2018 sollte sich herausstellen dass die ehe alles andere als perfekt war am 13 august kam chanen nämlich nach einem business trip nach hause nachts und das war das letzte mal wo man sie lebend gesehen hat chanen war am darauf folgenden tag nicht erreichbar ihre freundin hat sie öfter angerufen sie ging nicht an ihr handy sie antwortete nicht wenn man ihr schrieb und sie ging auch nicht zu ihrem termin für es war sein vorsorge termin für das baby halt was sehr sehr untypisch für sie war denn für gewöhnlich nahm sie die termine sehr sehr ernst also sollte man ja auch wenn man schwanger ist jetzt passiert also folgendes ihre freundin ich habe leider ihren namen nicht notiert informiert die polizei die polizei kommt sie warten vor dem haus natürlich kann die polizei nicht in dieses haus reingehen natürlich kann die polizei nicht in dieses haus reingehen weil sie keinen durchsuchungsbefehl keinen grund dafür haben etc also warten sie vor der tür bis jemand nach hause kommt chris kommt dann nach hause verhält sich erst mal ein bisschen sass also geht erst mal in die garage macht irgendwas am auto kommt dann zurück und begrüßt sie dann erst mal also ein bisschen bisschen komisch so er lässt sie rein die polizei und ihre freundin durchsuchen das haus sie finden nichts also keine die beiden kinder sind weg chanen ist weg sie finden ihr handy das liegt da einfach was natürlich auch merkwürdig ist ihr auto ist wie gesagt in der garage ihr hochzeitsring liegt dort es gibt keine notiz es gibt keine nachricht es gibt keine info wo sie abgeblieben ist die beiden decken von denen von den mädchen fehlen ohne die gehen sie nirgends hin und die medikamente von chanen sind auch zu hause was auch untypisch ist also normalerweise nimmst du deine medikamente ja mit wenn du irgendwie verreist oder keine ahnung was denn chanen hat lupus und bei dieser hausdurchsuchung nenne ich es mal sind die freunde von chanen schon so ein bisschen skeptisch gegenüber chris weil der sich nicht so verhält wie sonst also normalerweise redet er nicht viel erst ruhig und hält sich zurück und zu diesem zeitpunkt war er halt er hat mehr geredet als sonst erst unruhig hin und her gewibbt also ganz untypisch eigentlich ich meine okay man könnte jetzt erstmal sagen ja gut seine frau und seine kinder sind halt weg und gelten jetzt gerade als vermisst so natürlich ist man dann irgendwie unruhig und nicht so wie sonst also sagt noch nichts aus dennoch behalten wir es im hinterkopf als sie immer noch nicht wieder auftauchen werden flugblätter verteilt in der gegend und chris wird dann auch verhört woraufhin er dann auch in dem gespräch sagt ja die ehe liefen nicht mehr so gut und am tag davor hatten sie auch sogar noch ein gespräch gehabt ob es besser wäre sich zu trennen chanen hat ihm unterstellt eine affäre zu haben was chris allerdings erst mal ja verschweigt oder halt sagt das stimmt nicht er äußert dann auch erste bedenken bei der polizei dass denen etwas zugestoßen sein könnte also dass sie vielleicht entführt worden sind von irgendjemand den sie kennen weil ja kein einbruch stattgefunden hat es ist ja immer so bei den fällen werden ja erst mal die näheren verwandten und bekannten und freunde ins visier genommen das ist ja auch zu 90 prozent irgendwie jemand den man kennt deswegen ist chris natürlich jetzt erstmal der hauptverdächtige sie fragen ihn so ob er einen lügendetektor test einwilligen würde er sagt ja er ist sich ganz sicher er hat damit nichts zu tun die vorgehensweise der polizisten finde ich auch sehr gut also ich finde es immer so krass zuzuschauen wie fbi agenten und polizisten keine ahnung was immer so ihre vorgehensweisen haben ich finde es richtig krass da irgendwie zuzuschauen polizistin sagt ihm ganz klar wir werden sehen wenn sie lügen und es ist jetzt ihre chance uns zu sagen ob sie etwas damit zu tun haben oder nicht weil wir werden es so oder so jetzt gleich herausfinden chris sagt nein er hat keine einwände wir machen den lügendetektor test er ist sich ganz sicher dass er diesen test quasi austricksen kann spoiler hat er nicht er hat ihn nicht ausgetrickst es stellt sich nämlich bei diesem test heraus dass chris gelogen hat surprise surprise also bleibt er weiterhin verdächtig er streitet aber weiterhin alles ab er sagt ja ich bin halt aufgeregt dies das jada jada aber die polizisten wissen genau also die hatten den verdacht er hat sich verhärtet und jetzt heißt es eigentlich nur noch zu beweisen dass er es auch wirklich war und wie er es gemacht hat bei weiteren nachforschungen stellt sich dann auch heraus ja gut chris hatte tatsächlich eine affäre mit einer arbeitskollegin also chanens gefühl gegenüber dieser affäre war goldrichtig so diese frau wusste auch von chan und den kindern chris hat allerdings erzählt wie es so oft ist dass sie sich gerade trennen würden und dass er auf jeden fall mit ihr zusammen sein möchte aber er streitet nach wie vor vehement ab dass er was mit dem verschwinden von seiner frau oder von seinen kindern zu tun hat die polizisten verlassen dann den raum und bitten seinen vater hinein und hier ich weiß nicht genau chris wusste dass der raum video überwacht wird oder nicht auf jeden fall hat er seinen vater gesagt also gestanden dass er chanen umgebracht hat seiner aussage allerdings nach hat er chanen getötet weil sie zulässt und bella getötet haben soll was an sich überhaupt keinen sinn machen würde warum sollte sie warum sollte sie das einfach einfach so machen so das macht keinen sinn es gibt kein motiv dafür auf jeden fall wissen wir jetzt dass alle tot sind wie auch immer das jetzt erst passiert ist also wie gesagt chris erzählt channel hat die beiden erwürgt und er ist daraufhin ausgerastet und hat chanen dann erwürgt jetzt geht es also darum wo sind die leichen wo hast du sie versteckt wo hast du sie hingebracht chris erzählt dass er sie auf seinen arbeitsplatz gebracht hat er hat an so einer baustelle gearbeitet mit so zwei öl tanks chanen hat er begraben an einer stelle so ganz flach unter dem boden begraben und seine beiden töchter hat er in diese öl tanks gemacht und das ist so grausam sich das vorzustellen diese öl tanks hatten auch so nur so kleine öffnungen das heißt er muss die da wirklich rein gepresst haben also diese vorstellung die polizei glaubt auch nicht dass chanen diese beiden kinder umgebracht haben soll also wieso auch so ihre familie glaubt das auch nicht so die sie hat die beiden kinder über alles geliebt und es würde natürlich mehr sinn machen dass chris alle getötet hat um quasi in sein neues leben zu starten mit seiner affäre ohne kinder ohne alles einfach neustart das will natürlich weitaus mehr sinn machen er schwor allerdings vor gericht unter eid dass er die beiden mädchen nicht umgebracht hat chris wurde auf lebenslangen verurteilt ohne aussicht auf minderung von chris kam dann auch endlich irgendwann das geständnis als chanen von dieser geschäftsreise wieder kam hätte sie ihn damit konfrontiert dass er eine affäre hat sie drohte ihnen dann damit dass er seine beiden kinder nie wieder sehen würde und daraufhin ist ausgerastet und hat sie erwürgt komisch ist hier aber dass sich chanen nicht gewährt hat also es gibt keine spuren die darauf schließen ließen dass chanen sich gewährt hat und laut seiner aussage hat sie sich auch nicht gewährt sondern hat es einfach über sich ergehen lassen was auch keinen sinn ergibt also man munkelt dass er sie im schlaf erwürgt hat ich weiß nicht ob sowas funktioniert aber es ist so oder so ist es strange jetzt kommen wir auch zum richtig kranken part er nimmt die leiche von chanen wickelt sie in einen laken verfrachtet sie ins auto und setzt seine beiden kinder cc und bella daneben die komplett verstört sein müssen die haben keine ahnung es ist nacht sie werden aus dem bett geholt sie werden ins auto gesetzt die fahren eine dreiviertel stunde zu einer baustelle sie haben keine ahnung was los ist sie fragen immer wieder was ist mit mama sie haben keine ahnung was abgeht aber sie vertrauen natürlich ihrem vater es ist ihr vater natürlich vertrauen sie ihm sie sind also zur baustelle gefahren wo er dann erst chanen beerdigt hat und dann erst cc und dann bella erstickt hat bzw erwürgt hat und es ist es ist einfach komplett grausam soll dass vor allem dass das eine mädchen dabei auch noch zusehen musste wie er ihre schwester umbringt und das halt einfach dein eigener vater ist dem du so vertraut hast ich habe wirklich ich habe keine worte dafür wie grausam kann ein mensch sein wie grausam kann ein mensch sein dass du deinen eigenen kindern sowas antus bei seinem geständnis bricht er dann auch zusammen und weint und sagt ich kann gar nicht verstehen wie ich das gemacht habe bla bla aber ganz ehrlich ich glaube ihm kein wort alter jemand der so kalt glücklich sein kann seine beiden kinder umzubringen drei und vier jahre alt das hat das hast du nicht erst dort beschlossen dass du das machst du hattest eine dreiviertel stunde zeit in der du ganz genau wusstest dass du diese beiden mädchen umbringen wirst ich glaube ihm kein fucking wort und was noch dafür spricht ist direkt nach seiner tat hat er dieses haus neben sie gewohnt haben zum verkauf angeboten also das sagt ja auch schon wieder viel aus er wollte aus dem haus raus und wollte mit seiner neuen frau ein neues leben anfangen das ist alles was da passiert ist das ist sein motiv das ist sein motiv für diese einfach absolut grausame grausame tat ich kann es einfach nicht ich kann es nicht verstehen seine eltern sagen dann auch noch vor gericht dass sie ihm verzeihen und dass sie ihn immer noch lieben was mich so wütend macht wie kannst du wie kannst du jemanden in die augen schauen der deine enkelkinder genommen hat der das leben von zwei unschuldigen kleinen kindern genommen hat und ihm sagen wir verzeihen dir dafür das macht mich absolut sprachlos i'm sorry das macht mich richtig sprachlos und wütend was ist was ist los was ist los mit den menschen warum ist die welt am arschmann auf netflix gibt es dazu auch eine ziemlich gute doku falls ihr das ansehen wollt es heißt american murder bilderbuch familie da geht es um den ganzen fall da sind auch so polizei aufzeichnungen und so weiter polizei verhöre drin und so falls sie das noch ausführlich sehen wollt wirklich sehr empfehlenswert mich hat es wirklich mich hat dieser fall sehr sehr schockiert und ich habe ich könnte in tränen gerade ausbrechen weil ich mir denke wie kannst du wie kannst du in die augen von deiner kleinen tochter schauen die dir vertraut die dich über alles liebt und ihr einfach so was antun wir gucken uns jetzt aber nach dieser schlimmen schlimmen geschichte noch den paranormalen teil an denn den finde ich durchaus interessant und bemerkenswert und ich bin sehr sehr gespannt was ihr dazu sagt also zum einen sagte chris mal aus er wäre von einer bösen entität besessen weil ich muss glaube ich nicht sagen dass ich das für schwachsinn halte oder das ist so lächerlich einfach das ist einfach nur lächerlich aber es gibt sehr sehr merkwürdige dinge die auf diesen polizeikameras festgehalten worden sind aber seht selbst ich kann euch nicht sagen ob das irgendwie an der kamera liegt dass das aber es sieht für mich schon wirklich sehr krass danach aus als würde da bella die treppe runterkommen also haltet mich für verrückt aber es würde mich so traurig machen wenn diese familie in diesem haus gefangen wäre in so einer art zeitschleife oder keine ahnung was und das noch dort noch sein muss das würde mich so traurig machen ich hoffe einfach nicht dass es so ist dann sind auch so sachen passiert wie dass man eine frau beobachtet hat wie sie auf dieses haus zugeht aber das haus niemals wieder verlassen hat und als die polizei dann anrückt ist erstmal das garagenlicht an was schon mal sehr seltsam ist aber im haus finden sie einfach niemand es ist niemand dort im nächsten ausschnitt den ich euch zeige naja ihr könnt es eigentlich seht selbst seht selbst die aufnahme spricht für sich ja oh my gosh wow Wow. Go in there and step on that little blue thing and see if that's where that... Yeah, it sounded like a kid toy. It sort of sounds like it. Something. There was a... I heard it. Did you hear it? I did. It sounded like a kid's eagling or something, didn't it? Or a kid. It did. Ich meine, die Polizisten reagieren darauf. Hast du das gehört? Ja, ich habe das gehört. Ich meine, ja, es könnte vielleicht ein Spielzeug sein oder so, sagen sie dann auch so. Es könnte sein, dass ich da irgendwie gegen ein Spielzeug getreten bin oder so. Aber in dem ganzen Zusammenhang ist das schon wirklich creepy. Dann gibt es noch zahlreiche EVPs, die mir wirklich die Chills des Todes geben. Also, als ich die gehört habe, ich bin so... Das war... Okay, ich bin so... Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. See you next time. Oh. 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 Wie gesagt, ihr entscheidet selbst, was ihr davon glaubt, was ihr hört, ich bin sehr auf eure Meinung gespannt, aber das seltsamste, wirklich das allerseltsamste, finde ich, passt mal auf, was gleich auf dem Fernseher läuft. Ist das nicht so komisch? Das kann kein Zufall sein, da ist ein Baby im Bauch, dann gibt es einen Totenkopf, dann irgendwas mit Öl und dann kommt die Haut ab oder so. Das kann kein fucking Zufall sein. Ein grausames Detail habe ich nämlich ausgelassen. Als sie die Mädchen in diesem Öltank gefunden haben, ist ihre Haut einfach abgegangen. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, ich glaube nicht, dass diese Werbung ein scheiß Zufall ist, das glaube ich nicht. Und das finde ich mit Abstand das Merkwürdigste an diesen ganzen paranormalen Sachen. Diese Werbung... Das ist ein merkwürdiger Zufall, das ist kein Zufall. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Familie nicht an diesem Ort bleiben muss und dass sie ihren Frieden gefunden hat und dass Chris niemals wieder das Tageslicht sieht, nie im Leben. Es ist einfach unfassbar, zu was Menschen in der Lage sind. Also ich sage es ja immer wieder, Geister und Dämonen machen mir keine Angst, Menschen machen mir Angst. Menschen sind das Letzte, Alter. Jetzt bin ich aber auf eure Meinung gespannt und ich würde mich sehr, sehr interessieren, was ihr zu diesen paranormalen Sachen sagt. Ich meine, die Tat an sich, dazu kann man nicht viel sagen, die ist grausam. Man wünscht es niemandem. Ich hoffe, er bekommt seine gerechte Strafe. Aber was sagt ihr zu diesen paranormalen Sachen? Was sagt ihr insbesondere zu dieser Werbung? Glaubt ihr, es ist alles ein großer Zufall? Ich kann es mir nicht vorstellen, wirklich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ja, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, trotz dass es heute sehr, sehr traurig und sehr, sehr schwer war, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, wenn das nicht schon passiert ist. Ich lade jeden Freitag um 18 in einem Video hoch. Und... Und manchmal auch dienstags, wenn ich mich danach fühle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ah, übrigens, an Valentinstag einschalten. Da lade ich hoch. Ja, ja. Valentinstag. Tschüssi. 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 Bis zum nächsten Mal.